Ja, hallo. Und das hier ist der Teaser zur neuen aktuellsten Sendung von Lauer & Wiener. Teaser machen wir jetzt ganz neu. Lauer & Wiener, Deutschlands erfolgreichster Sex, Politik, Statistik, Medizin-Podcast. Heute live aus dem Burgtheater. Heute live aus dem Burgtheater in Wien. Ulrich, worüber haben wir gerade geredet? Ja, wir haben ausschließlich über die Ereignisse in Österreich und ihre Spiegelung in Deutschland und der Welt geredet. Österreich hat ein großes politisches Problem und das haben wir beleuchtet nach der uns eigenen Methode. Erst die Fakten, dann die Meinung. Und manchmal war es so krass, dass man gar keine Meinung brauchte. Manchmal war es aber auch so krass, dass die Meinung einfach einbrach. Also im Sinne von die brach aus einem heraus. Da konnte man nicht mehr. Da musste man dann was sagen. Das waren sehr emotionale Momente. Ich würde jetzt gerne noch mein Lieblingszitat von HC Strache oder eins der Lieblingszitate hier sagen. Das hatten wir auch vorhin. Das kann man auch im Podcast hören. Das erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich heute zu sagen kann. Der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. Ja, genau. Den Mund ganz schön vollgenommen. Den Mund ganz schön vollgenommen. Und das hat er jetzt davon. Jetzt ist er nämlich nicht mehr Minister für Öffentlichen Dienst und Sport, sondern Abgeordnete im Nationalrat. Und demnächst gibt es Neuwahlen. Das könnte durchaus das Ende, das vorläufige Ende seiner politischen Karriere sein. Darüber reden wir auch im Podcast. Nämlich, dass er wahrscheinlich wiederkommt. Ja, ich bin wieder da, würde er dann sagen. Und ja, wir beleuchten die Ibiza-Affäre, die nichts wirklich mit Party zu tun hat, weil so lustig ist das nicht, was die da gemacht haben. Der Heinz-Christian Strache und der Joschi und Johann Gudenus. Das ist nicht lustig, aber sie haben es trotzdem gemacht. Wir versuchen, wir beleuchten das. Auch strafrechtlich. An allen Seiten auch strafrechtlich, psychologisch, nur küchenpsychologisch, weil uns psychotherapeutische Unterstützung fehlt, um das unter Verletzung der Goldwater-Rule zu analysieren. Ja, ich denke... Ja, hört rein. Ein Markenkern unseres Podcastes ist die Bescheidenheit. Deswegen kann ich hier vollkommen sehr bescheiden sein. Sagen, dass es eine, ich glaube, unglaublich gute und interessante Folge ist. Wir versuchen uns sehr darin, das mit dem österreichischen Dialekt auch richtig hinzubekommen. Ja, die Folge, wenn sie... Also ich denke, ich werde den Teaser jetzt gleich sofort draufstellen ins Internet. Aber die Folge erst morgen, weil es ist jetzt schon a busy spät. Und wir freuen uns dann natürlich darauf, wenn ihr euch das alles anhört. Und wir freuen uns über Feedback. Wir geben auch Tipps, das ist vielleicht noch weiter als Teaser. Wir geben auch Tipps, wie man schon mit 15 in eine schlagende deutschnationale Verbindung rein kann und später nicht studieren muss. Ja. Vandalia heißt sie. Vandalia. Also es ist wieder ein Kesselbuntes. Weil wir natürlich auch Deutschlands erfolgreichster Bildungspodcast... Burschenschaftspodcast. Ja, dann freut euch schon mal auf die nächste, ich glaube, 16. Folge von Lauer und Wehner, dem Podcast mit Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin und Christopher Lauer, das bin ich. Ich bin Publizist. Ja, macht's gut. Hört rein. Tschüss. G нравi. Hört, wastiesisch. Wasンダ k eccentric. microbes Ich komm's. So hoch ist jetzt aus. Ich komm's.